Pytische Spiele enden. Schauspieler-Gilde brauche ich nicht, aber das Theater. So, denn ist das alles schon mal zusammen. Wir bekommen immer mehr Leute. Arbeitslosigkeit ist bei 10 Prozent. Trotz der ganzen Dinge, die wir zusätzlich gebaut haben, aber es kommen ja auch noch weitere Leute in die Stadt. Wir könnten im Prinzip noch Wachposten bauen, die darauf aufpassen, dass die Leute hier nicht übermütig werden. Da will ich keinen Wachposten haben, aber hier könnte ich einen hinstellen. Baue dann hier aber noch eine Sperre rein. Dann läuft er wirklich nur da rum. Ästhetik-Button. Was brauchen wir sonst noch? Wir könnten noch ein Pier nach Eretria bauen. Naxos liebt sie. Das ist schön. Ich liebe dich auch. Naja, hier passt kein Pier mehr. Schluss aus mit dem Pierce. Mit dem Piercing. Oh je, oh je, oh je. Ansonsten sieht es aber gut aus, ja? Schön. Ich könnte noch weitere Farmen gebrauchen. Weizenfarm. Okay. Dann bauen wir hier unten auch noch ein weiteres Silo, falls das obere voll ist, dass hier unten auch was eingelagert wird für den Notfall. Noch 15% Arbeitslosenquote und fast die 1500 erreicht. Sehr schön. Was hat er jetzt für ein Problem? Der hat mir jemanden dahin geschlachtet, der eigentlich Wolle runterbringt. Verdammt. Die schöne Wolle. So, alle Leute wurden mit Essen beglückt. Wenn ich jetzt noch die Möglichkeit hätte, irgendwie dafür zu sorgen, dass es hier schöner wird. Zufriedenheitsdenkmal verfügbar. Äh, ja. So viel dazu. Oh. Gelehrtendenkmal. Wir haben sogar schon einmal die panhellenischen Spiele gewonnen. Naxos schenkt Skulpturen. Uuuuh. Lagerhaus. Lagerhaus. Lagerhäuser regieren die Welt. Da bitte Skulpturen hin. Die werden wir wahrscheinlich in einer der späteren Missionen gebrauchen. Eretria schenkt Wein. Ich baue noch ein Lagerhaus für Wein. Nichts annehmen außer Wein. Den habe ich nämlich auch noch Wein übrig. So, und jetzt wollte ich eigentlich schon längst mal für die Ästhetik sorgen. Das heißt, ein Bevölkerungsdenkmal stelle ich jetzt hier mitten rein mit Mung und schon wachsen sie alle hoch hinaus. Eretria schenkt Wein. Dankeschön. Zwölf Stränge Wolle für Stimphalos. Ist in Ordnung. Skulpturen annehmen. Acht konnten wir bloß annehmen, weil dann das Lagerhaus voll war. Naja, immerhin. Brauchen wir nicht produzieren. Alles ist gut. So, mein lieber Herk, Herkules. Wir brauchen nur noch 1500 Leute in der Stadt. Der Rest ist soweit durch. Wir haben sogar noch ein bisschen mehr Wein auf Lager. Zerberus ist niederzustrecken. Nicht niedergestreckt. Tee soll es aus dem Hades retten. Aus dem Bauch von Hades, oder was? Ich hoffe ja nicht. Ach Gott, nee. Stimphalos schätzt sie mehr. Olympischen Spiele beginnen. Ja, unsere Leute müssten für die Olympischen Spiele wunderbar gewappnet sein. Es gibt hier Gymnasien. Es gibt Podien. Es gibt Theater. Die haben alles, was sie brauchen an kulturellen Aufmerksamkeiten. Ihre Stadt ist nun der Anwesenheit des Herkules würdig. Den rufen wir gleich mal. Dann werden wir auch diesen ollen Zerberus endlich los. Oh, und dann werde ich erstmal sagen, dass wir keine Wolle mehr verkaufen. Ansonsten wird mir die zu wenig. Lemnos liebt sie. Obiso, Licht des Lebens. Ich hübs sie piele. Von Lemnos zähle sie zu den Menschen, die mir am liebsten sind. Ich liebe dich auch, mein Freund. Wann heiraten wir? 18% Arbeitslosenquote. Verdammt. Wie konnte das passieren? Fischereihäfen. Theoretisch können die hier noch Fischereihäfen hinstellen, aber das will ich gar nicht. Das kostet mir zu viele Arbeitskräfte. Nee, zu viele Arbeitskräfte nicht. Ja, die wirst du haben. Anhand des Zerberus. Oder mit dem Zerberus. Wir brauchen weitere Wollsammelstellen, weil das ein lukrativer Eingang von finanziellen Mitteln ist. Olympischen Spiele enden. Das ist nicht so schlimm. So, weitere Schafe bauen. Können alle hier auf die oberste Etage. Zerberus wurde erschlagen. Oh, das wird Hades nicht gefallen. So, und unsere Leute, die wir jetzt versorgen, die sind lediglich durch den Handel noch immer da. Ansonsten hätten wir gar nicht mehr die Kohle. Fisch bekommen wir jetzt auch. Wir bekommen Fisch, Karotten und Weizen. Jetzt kann das Silo hier auch wunderbar funktionieren, dadurch, dass es auch Fisch gibt. Wein ist noch ein bisschen da und Wolle kriegen wir auch. Endlich wieder. Wir werden ein Wollimperium starten. Oh, das wäre was. Mir fällt gerade auf, dass ich eigentlich hier so gequetscht in der Ecke bin. Ich könnte noch weiter mittig gehen und sogar hier unten noch sehr viel machen. Aber ich beachte dieses Gebiet nicht, hier unten, weil es hier nämlich keine Möglichkeiten gibt, irgendwo ein Pier oder sonst irgendwas hinzusetzen. Das ist äußerst nervig. Und ich erwische mich selber, wie ich lauter rede, einfach nur, weil das Spiel immer lauter wird. Okay, die brauchen also alle bloß noch Olivenöl. Dann haben wir soweit alles, was wir brauchen. 21% Arbeitslosigkeit, äh, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosigkeit, genau. Ah, haha. So, dann bauen wir mal hier eine Straße hoch. Bauen noch einen weiteren Architektenboss. Man kann nie genug haben. Die brennen hier sowieso alle regelmäßig ab. Dann bauen wir weitere Lagerhäuser für später. Wer weiß, vielleicht brauchen wir nochmal welche. Du nimmst nichts an, außer Wolle. Du nimmst nichts an, außer Holz. Du nimmst überhaupt nichts an. Obwohl doch, du kannst noch weitere Skulpturen annehmen. Marmor, Wein und Skulpturen werden uns ja ab und zu mal geschenkt, sodass ich da den Platz natürlich brauche. Außerdem bauen wir jetzt auch noch weitere Sägemühlen. Rohmaterial. Sägemühle. Hinsetzen. Wolle wieder verkaufen. Muss auf Planet im Land errichtet werden. Ja, das wird sie schon. Früher oder später. Ach, verdammt. Am vorn mit Wein nehmen. Okay, alles ist gut. Die Arbeitslosigkeit geht runter. Wir haben noch eine Forderung, die wir erfüllen sollen, nämlich Herkules auf die Reise zu dem Hades zu schicken. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Hier kommt so viel Wolle nach, dass die das gar nicht mehr verkauft kriegen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir bekommen Kohle noch und nöcher. Die 3000er Marke haben auf jeden Fall geknackt. Karotten werden jetzt wieder hochgebracht ins andere Silo, weil sie hier irgendwas gekauft haben. Eastmischen Spiele beginnen. Schön. Gesundheit nimmt ab. Ja, und es gibt auch seine Gründe, warum ich jetzt noch nicht fortfahren möchte und sehr, sehr viel Geld sparen will. Es ist ja, müssen wir mal ehrlich sein, so, dass irgendwo entweder ein Cerberus oder eine Medusa oder ein Minotaurus oder, oder, oder erscheint und dann plötzlich alles kaputt ballert. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und für diesen Fall müssen wir natürlich Geld in der Hinterhand haben, um alles irgendwie umzusetzen, woanders zu positionieren. Und solange wir noch nebenbei Marmorgeschenk kriegen und Wein und, äh, Skulpturen, hab ich nichts dagegen. Achtstränge Wolle sollen wir jetzt auch nochmal nach Lemnos schicken oder nach, äh, Steril, Leponis, nein, Lemnos. Dann ist alles wunderbar. Jetzt haben wir August, haben wieder genügend Wolle verkauft. Mehr Wolle kaufen die uns nicht ab. Weizen wird schon gar nicht mehr großartig in ein Silo gebracht. Lemnos schätzt sie mehr. Eastmische Spiele enden. Erfreuliche Neuigkeiten, wir haben gewonnen. Oh, wer weiß, wie viele Denkmäler wir am Ende bauen dürfen. Ein gelehrten Denkmal können wir noch bauen. Und das Zufriedenheitsdenkmal, das könnten wir noch hier mit hinsetzen, damit auch die sich noch entwickeln. Die Gesundheit ist fast perfekt und steigert sich. Ja, die kann sich nur steigern, weil wir so viele Ärzte hier überall, äh, hingesetzt haben. Besser geht's kaum. Stymphalos fordert Holz. Ja, wird geliefert. Wir versuchen jetzt gerade noch genügend Holz für uns selber zu machen. Wir haben jetzt hier das ganze Warenlager voll. Wir könnten hier sogar Marmor importieren. Und an dieser Stelle Marmorrüstungen und Skulpturen. Tja. Ich bin gerade ziemlich scharf auf die Rüstungen. Aber nein, nein, die werden wir jetzt nicht holen. Die müssen wir wahrscheinlich später so oder so einkaufen. So, dann sage ich hier einfach mal kurz nicht verkaufen. Holz für Stymphalos bereit. Jetzt losschicken. Dann den Verkauf wieder starten. Eingestürztes Gebäude. Wo denn nun schon wieder? Ah, jetzt läuft der nicht unten rum. Das ist ja nervig hier. So, gleich wieder erneuern. Fischerhafen. Und ich denke mal, wenn wir einen Palast und Steuereintreiber haben, dann kommen wir finanziell sehr, sehr gut aus. Wir machen ja jetzt schon einen Riesengewinn mit Wolle und Holz. Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Stymphalos schätzen sie mehr. Naxos braucht ebenfalls acht Holzbretter. Sollt ihr bekommen, meine Lieben. Naxos, Forderung erfüllen. Zurück zur Stadt. Gleich wieder weitermachen. Gott, bin ich nett. Man nannte mich auch Netti. Und wir haben so viel Wolle, dass jetzt das zweite Lagerhaus schon bestückt wird. Das freut mich sehr. Die Wolle wird uns so schnell nicht ausgehen. Das Gute ist, wir können hier auf der anderen Seite parallel dazu, oder spielverkehrt, nochmal neue Leute hinsetzen. Sodass wir eigentlich ein sehr, sehr schönes, großes Wohngebiet haben. Wir können noch viel mehr Essen machen, denn wir haben noch nicht alle Farmgebiete hier oben besiedelt. Und wir können auch hübsch aussehen. So, es wird weiterhin verkauft. Aber ich denke, ich werde an dieser Stelle die Mission auch beenden. Das heißt, den guten Herkules jetzt auf seine Reise schicken. Und sobald er zurückkehrt, haben wir gewonnen. Eretria schenkt Wein. Dankeschön. Was haben die da gedacht, was ich damit mache? Ihnen verkaufen? Braucht mir eigentlich gar nicht so viel schenken. So, wir kommen jetzt fast auf 8.000. Datei, Spiel speichern unter LP01. Und dann hatten wir, wo sind die Forderungen? Da. Apollon. Herkules schicken. Los geht's. Naxos schätzt sie mehr. Das ist schön. Schenkt mir lieber was. 2.000 Skulpturen oder so. Bisschen übertrieben, aber ist egal. Her damit. Ja, dann bin ich gespannt, wie die nächste Mission aussieht. Ob wir dann wieder eine neue Kolonie bauen. Oder hier in dieser Kolonie bleiben und endlich einen Palast mit Steuereintreibern errichten dürfen. Die Märeschen Spiele beginnen. Wie gewinnen wir E? Verkaufen können wir aktuell nichts mehr. Die Leute haben alles gekauft, was sie kaufen wollten. Wir könnten vielleicht mal gucken. Da ist Herkules unterwegs. Zum Hades. Äh, Stymphalos braucht und fordert. Treusen ist uns gleichgültig gegenüber. Wir haben nur die beiden und Erythria. Und Käse will ich nicht herstellen. Also bleibt's dabei. Bei Wolle und Holz. Wir haben immer noch 12% Arbeitslosigkeit. Dank ihnen und Herkules ist Theseus aus der Unterwelt zurückgekehrt und kann wieder durch Griechenland ziehen, um neue Abenteuer zu suchen. Er hat ihnen ausrechnen lassen, dass der Schlüssel, um alle Möglichkeiten von Jolkus auszuschöpfen, im fernen Kolchis liegt. Im fernen Kolchis? Ja, vielleicht muss ich die Stadt erobern. Wir werden sehen. Die Unsterblichen sind neuerdings ziemlich im Stress. Dionysos hat entdeckt, dass sie die treibende Kraft bei der Befreiung von Theseus aus der Unterwelt waren. Der Gott ist erfreut über diese Neuigkeit, denn er braucht Theseus Hilfe. Wer weiß, wenn sie Theseus überreden können, Dionysos zu helfen, könnte der Gott des Weines sie belohnen. Im Gegensatz zu Dionysos hat Artemis die Sterblichen satt. Es scheint, als könne eine Göttin nirgendwo mehr baden, ohne dass ein sterblicher Spanner sie behelligt. Die Göttin ist so empört, dass sie beschlossen hat, ihre ganze Sammlung von riesigen Hirschen, Ebern, Pferden, Löwen und Hasen in die Welt zu schicken, um ihrem Zorn über die sterblichen Luft zu machen. Falls Sie einmal Theseus Hilfe brauchen, bedenken Sie, seine Halle muss in der Nähe des Palastes der Stadt liegen. Wenn Sie die Halle gebaut haben, rechtsklicken Sie darauf, um festzustellen, ob sie nahe genug ist. Der Tipp kommt ziemlich früh im Spiel, wenn wir jetzt mal daran denken, dass das schon die vierte Mission ist. Kommende Quests erfüllen und Ungeheuer niederstrecken. Das sind unsere beiden Aufgaben. Ich bin gespannt, was es für ein Ungeheuer ist. Wird wahrscheinlich der böse Iber sein, den die gute Artemis uns dann wieder auf den Hals setzt. Und die kommende Quest, das wird wahrscheinlich dann sein, dass wir Theseus zu Dionysos schicken sollen. Also, es geht um Theseus. Wir sehen uns im nächsten Part mit derselben Stadt, aber einem Palast und einem Steuereintreiber und wesentlich mehr Geld. Im nächsten Part. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis nachher. Vielen Dank. Vielen Dank.